Moin, hier bei Apokalypse mit einem neuen Spiel, dabei ist der David und meine Anwesenheit, dem Stefan. Okay, Verteidiger, wir spielen Rainbow Six. Wenn es spiele ich, komm. Da müssen wir das Prinzip ja nicht groß erklären. Naja, ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Genau. Erste Video seit zwei oder drei Wochen, glaube ich. Ich hoffe, es geht vom Ton her. Oder im Monat schon, ich weiß es gar nicht genau. Ja, das Spiel, das gibt es jetzt sicher schon. Nein, unser letztes Video. Achso, unser letztes Video. Ja, das ist jetzt schon... Ewig. Ja, ja. Wenig Zeit, wenig Zeit. Passiert halt. Du hast viel Zeit. Die Geisel muss geschützt werden. Den Raum sichern. Ja, mal sehen, wie es wird, wenn jemand smoked. Verstärkung der Wand beendet. Zehn Sekunden. Ja. Tür ist sicher. Haben wir viel Windows? Ja, wir haben auch Windows. Ich kann zwei noch abschirmen. Geisel wurde nicht localisiert. Der Gegner hat Sichtkontakt zu Geisel. Fenster ist blockiert. Ups. Da habe ich die Lupe ausgesehen. Genau, für Ballad. Gib mir mal Deckung. Okay. Pass. Fenster abgesperrt. Oh, jetzt habe ich gerade 70 FPS, gell? Ja, schwankt besser. Also, ich frage, wieso wir nicht beim D6s aufnehmen und nicht zählen. Und die anderen Sachen, die wir sonst um aufnehmen, das ist gerade das Spiel, das hat am meisten Spaß macht. Und warum haben wir uns gedacht? Als erstes Video seit 100 Jahren kann man das schon mal machen. Wir sind zuvor. Vorne bei mir. Die sind über uns. Das klopft was oder unter uns. Oh, ich habe vorbeigeschrotet. Ja, okay. Er hat... Ein Window ist offen. Window. Ich setze den Herzschlagsensor ein. In meinem Herzschlagsensor sehe ich nichts. Ist noch mehr offen. Oh, da kam eine Granate oder so. Oh, Mann. Äh, der haut am Fenster. Oh, der hat echt nur einen Schuss gebracht. Ich habe sie umgebracht. Ja. Dachte ich eigentlich auch zu. Ja, schau mal. Hast du das gesehen? Nimmst ein fucking Schild. Er hat... Fail. Ja. Kann passieren. So verliert man die Runden. Keine Ahnung. Ja. Stefan einfach die Unfähigkeit zeigt. Und mit der... Ich nehme mein Main. Gönn dir. Gönn mir jetzt auch. Ich hoffe, meine Atmen hört man nicht zu stark. Muss ich erstmal einen Schlitt bringen. Ganz, ganz wichtig. Ja, aber ich kann es gut aufnehmen. Ihr müsst die Geisel zurückholen. Ja, ich will mir auch jetzt eine Graflegate holen, dann sollte es bei mir auch kein Problem mehr sein. Noch ein bisschen dauern. Oh, die sind unten. Also, Haupttasche. Konnte noch einspringen. Bestätigt, die Geisel wurde lokalisiert. Nein, ey, ich freu sie. Ja, ich habe einen guten Punkt. Ich feiere es hier noch. Einsatz in fünf Sekunden. Ich habe noch ein richtig gutes Blickfenster. Geisel entdeckt. Dann schlage ich vor. Wir gehen da rein, holen Nick alles raus. Verpissen uns wieder. Eigentlich wollte ich doch in den Haupteingang, aber... Na ja, was soll's. Loll! Sprengladung bereit? Sprengladung ist in der Luft. Ja, ist egal. Oh. Oh, ich sehe es nicht. Von hinten? Boah, ist lecker. Boah. So was habe ich noch nie gehabt. Boah, wieso rennt denn hier rein? Oh, das ist richtig nervig. Ich spiele die Maps so wenig und weiß nicht, wo die Camps sind. Ich habe ein Fenster bei der Geisel geöffnet. Sprengbereich räumen! Sprengbereich räumen! Einer ist... ...ab. Ich guck mal, ob ich noch einen anderen Weg finde. Oh, Toiletten. Ich müsste aufs Klo. Oh mein Gott! War am Nachladen. Da ist im Raum drin. Da sind ein Haufen im Raum. Okay. Da habe ich... ...gesehen. Ich bin Ulo. Ein Gegner verbleibt. Der letzte ist markiert. Ja. Ist genau gegenüber von der Wand hier. Nur noch einer vom eigenen Druck. Ich habe keine Reaktion. Er ist Ulo. Was? Vorsicht. Ja. Mein Kollege ist verreinbar. Die Wandung ist fertig. Ah, rechts. Oh. Da, der rote Punkt. Ich kann schon nochmal den markieren. Ich hätte da, glaube ich, noch eine Kim. Ich sehe nicht. Das ist doch in dem Raum hier, oder? Bei der Geisel drin, ja. Aber wenn ich du wäre, würde ich durch das Ganze gucken. Die ist beide offen. Welche Position war? Hinten, aber der sitzt irgendwo vorne bei den Fenstern. Vorne. Du bist mit der Alt-Leiser, gell? Er hört alles, was du tust. Hey, ich mache da Holz. Bleiben noch 15 Sekunden. Laut. Wie ist das immer noch so laut? Zehn Sekunden übrig. Zehn Sekunden. Es bleiben noch 5 Sekunden. Ach, komm. Oh, lol. Wir wissen, wo der war. Oh, da. Ich dachte, er wäre ganz hinten links. Hey, du hast doch gehört. 5 Sekunden. Nee, Server hat bei mir gerade geleckt. Also, 5 Sekunden habe ich noch gehört. Und dann dachte ich, ich kann jetzt schnell vorrennen. Und dann hatte ich nichts, aber lecker. 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 Ja. 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 Nein, vielleicht. Kann passieren. Vielleicht, vielleicht crashen wir die jetzt auch komplett weg. Die Geisel muss gesichert werden. Den Raum befestigen. Hör auf Windows. Keinen Bock. Okay, auch nicht. Wenn Sie uns Zonen nicht verlassen. Ja. Wenn das dann nicht gut. Wenn der Geisliste droht, bereit machen. Du musst in dieser Zone bleiben. Ich bin auch wieder bei Hälfte des Lebens. Ja, ich würde hier gerne zu machen, gell? Ja, dann kommt rein. Ja, Pech. Barrikade errichtet. Ah, Herzschlag-Sensor hat was gewittert. Okay. Auch hier sieht man wieder einen leichten Bug. Schock-Drohne. Ja. Aha. Zwei Leute. Ja. Ja gut, er ist alleine halt. Ich bin vor der Butze hier. Schild steht! Okay, die kommen rein. Herzschlag-Sensor aktiviert. Ja, du solltest nicht vor mich jetzt. Lol. Boah, Vorsicht! Das ist jetzt blöd. Das war gut. Wir könnten runter toppen und von hinten versuchen. Ich setze den Herzschlag-Sensor ein. Ja. Ich mach zumindest. Soll ich mitkommen, oder? Ne, ich save hier oben mit. Ich wurde entdeckt. Ich bin runtergefallen. Hä? Er kommt dann, wenn ich zurückgehe, Alter. Es ist schon wieder so lächerlich. Wenn ich nicht alt drücke, bin ich doch stealth. Da hab ich dann weggemacht. Einer war... Links ist ein Loch in der Wand und da war einer. Da war einer. Ich weiß nicht, ob der da noch steht. Ich vermute nicht. Doch, leiser. Leiser! Hält verdammt viel aus. Ja, der ist am Boden. Oh, hab ich mich erschrocken. Wer rusht uns so behindert. Oh. Ich bin so scheiße erschrocken. Ich auch. Hey, Leute, ich hab jetzt Schadensprotokoll. Der verbleibende Gegner. Wie geil, wie hab ich denn das angemacht, grad? Oh. Alter, wie der da mit dem MG steht. Ich hab das noch nicht hinbekommen, dass das... ...bis hier so klein wird. Rechtsklick, egal. Ja, mach ich immer. Bei mir bleibt das immer noch groß. Schau so. Ich bekomm das nicht hin. Und wenn ich alt drück, es nickt meine Augen nicht so leise, wie du sagst. Ja, vielleicht hast du die Steuerung geändert. Mösch' mal mal gucken. Okay. Nee, man hört's nicht. Na, ist auch eine Geschichte. Guck mal eine an. Oh. Oh, man. Einer wieder auf Kau, oder was? Ja, sieht wohl so aus. Ah, nein. Guck mal, der gute alte Shotgun-Mann, der keine Shotgun spielt. So, ich spiel's zurück. So schmeckt's. Vielleicht ist es sie an dem... So, einmal Schrottflinte raus. So, da haben wir seinen Prügel raus, Alter. Und dann war er auch nicht Schrottflinte, oder? Hier sind die schon mal nicht. Oben auch nicht. Bis jetzt. Ja, im Keller. Im Keller. Wie komme ich da hin? Indem du ne Treppe runter gehst. Aber hier geht's, glaub, noch weiter rund. Ja, okay. Noch zehn Sekunden. Einsatz in fünf Sekunden. Geisel gesichtet. Okay. Okay. Alter. Ich weiß nicht, warum, aber in dem Spiel ich zappel, so behindert. Gleich hier durchspringen, oder? Das war ein Witz. Rechnladung bereit! Okay. Okay, das war jetzt ein bisschen unklug gerade. Rechnladung bereit! Wenn wir wollen, können wir da untertroppen, gell? Oder ich gönne mir erst mal einen. Auto droppst du da unter? Unter getroppt. Ja, stark. Okay. Ich hab 16 Leben. Ja, warte. Ja, gute Ansage. Sorry. Ach, da ist das hier drin. Ja, ja. Läuft doch. Ich soll grad sagen, schießen wir in den Fuß und lebt mich wieder hoch. Wie, der hat mit Puls weg den Um. So, jetzt spielen wir mal Mute. Weil der hat eine richtig geile Waffe. Was glaubt der wäre, er ist mir Puls wegzunehmen. Ich glaube, ich flipp hier aus. Aber stopp. Ist doch noch gut entwickelt. Ja. 3-2. Das spannendste, was man raus haben kann aus dem Spiel. Genau. Wir sind nicht. Wir sind nie. Wir sind schon nicht. Nur noch 10 Sekunden Noch 5 Sekunden Wo braucht man noch Reinforce? Sonst Ja, stell das Schild auf Da hat man einen Grund, warum ich sie immer Kannst du was so gucken? Aber du bist nach unten mehr geschützt Scheiß Koffer Du kannst leider nichts erlegen Was? Ich brauche mein Sledge Nur Staub Ja Roll Wie geil dass ich mit diesem Mit dieser Uralt-Kamera umschau Hey Das hat nur nen Herzschlag-Sensor Uralt-Kamera Der Gegner hat Sichtkontakt zur Geisel Das kann nur Windows sein Das ist Twitch-Drohne down Windows ist auch offen, gell? Echt? Also, ja Vom Teammate, weil der da drauf geballert hat Ok Du musst aufpassen mit Also, wenn du wieder dich hinstellst Ok, die steppen die Stairs vor Oh, die brennt sich durch Kommen wieder rein Da war grad ne Drohne Da war grad ne Drohne Ja Windows Seite Sniper-Window Sniper-Window Still down Noch Außen Ja, wow Wir sind alle auf einer Seite So schlimm Ok, ich hör's ja, wenn er sich rein stylt Ist da einer? Weiß es nicht Weiß es nicht Dann mach mal gepriert Einer ist genau Ey, wieso bewegt er sich vor mich? Wie der Idiot Er steht auch nix von seinem Handwerk Einmal mit Profis Einmal mit Profis Ich bereite ein Nestchen vor Ich bereite ein Nestchen vor Ja, nice Meine Geisel hat die ganze Zeit Schaden von dem Ding kassiert und dann hat er ihn angeschossen Also, so macht man das In dem Fall Oh, was ein Comeback-Sieg, Leute Leute Haut doch Nächstes Mal wieder rein, wenn es heißt Rainbow Six Willst du noch was sagen? Bis dann und ciao Haut rein Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen